Ihr seid frei. Ihr seid so wunderschön. Doch dann wandert ihr euch ab. Warum? Ich hatte keine Wahl. Sie ist unverhüllt, beschämt und sie versteht es nicht. Sie denkt, es liegt an ihr. Diesen Schmerz könnt ihr nicht heilen, Cole. Bitte, lasst es gut sein. Vielleicht bekommt Cole ja eine bessere Antwort von euch als ich. Er leidet. Ein alter Schmerz von früher, als alles mit einer Stimme sang. Ihr seid real, das heißt, dass alle real sein könnten. Das ändert alles, aber das darf es nicht. Sie schlafen, getarnt in einem Spiegel, versteckt, verletzt, wecken. Wo ist es hin? Tut mir leid, Cole. Das ist kein Schmerz, den ihr heilen könnt. Das ist kein Schmerz. Hier ist ein Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020